Rezia war eine römische Provinz, benannt nach den Reitern. Sie umfasste das nördliche Alpenvorland zwischen südöstlichem Schwarzwald, Donau und Inn und reichte im Süden von den Tessiner Alpen über Graubünden und einen Teil Nordtirols zu einem oberen Teil des Eisacktals. Zeitweise reichte sie bis etwa Schwäbisch Gmünd zum retischen Limes nordwestlich über die obere Donau hinaus. Die römische Provinz wurde Jahrzehnte nach der militärischen Eroberung im ersten Jahrhundert in CHR eingerichtet und im Vierten in die südliche-östliche Rezia Prima und die nördliche-nordwestliche Rezia Sekundar unterteilt. Deren Hauptstädte waren zunächst mit hoher Wahrscheinlichkeit Cambodunum, später Curia Rhetorum und Augusta Vindelicorum. Ihr Gebiet überdeckte sich nur zum Teil mit dem ursprünglichen Siedlungsgebiet der Rhetor. Seit dem dritten Jahrhundert bildete sich in ihrem nordwestlichen Bereich der germanische Stamm der Allermannen. Im früheren sechste Jahrhundert unterstand sie den Ostgoten, in der Folge entstand unter weiterem Eindringen der Allermannen in ihrem östlichen Bereich der Stamm der Bayouwaren. Geografie Die Nordgrenze der Provinz war gleichzeitig die Grenze des römischen Reichs zum nicht eroberten Teil Germaniens, der Germania Magna genannt wurde. Im Westen grenzte Rezia zunächst an die Reichsprovinz Gallia-Belcheque, seit deren Teilung unter Domitian an Germania Superior. Im vierten Jahrhundert stattdessen Sigwana bzw. Maxima Sikenorum. Weiter südwestlich grenzte Veles Poenina bzw. Alpgreie Poeninean. Noricum war die östliche Nachbarprovinz. Im Süden lag gleich das Kernland Italien, das erst ab 300 n. chr, in die Provinzteilung einbezogen wurde. Die Grenzen verliefen so. Die Nordgrenze und Verteidigungslinie bildete zwischen Castrabattava und dem Castell Eining bei Kelheim der Danuvius. Westlich davon wurde sie bis etwa 95 n. chr, durch die obere Donau und danach von dem 166 km langen rätischen Limes markiert, der sich vom Castell Sailoisum in nordwestlicher Richtung nach Gunzenhausen, von dort weiter in südwestlicher Richtung nach Leuch zog. Borizia an Germania Superior grenzte und der Limes sich als obergermanischer nach Norden fortsetzte. Im dritte Jahrhundert wurde er aufgegeben, fortan bildeten der Hochrhein, der Bodensee, die Iller und ab der Iller-Mündung die Donau die nördliche Grenze der Provinz zur Germania Magna. Vom östlichen Bodensee zur Iller und von dort nach Norden entlang der Iller bis zur Donau wurde die neue befestigte Grenzlinie des Donau-Iller-Rhein-Limes geschaffen. Die Westgrenze verlief südwärts vom Ausfluss des Untersees des Bodensees über Edfeins ins Gebiet zwischen Zürichsee und Walensee zum Oberalppass, wobei das Tal der Linsicher und dasjenige der Reus inklusive Urseren sowie der Chasselital wahrscheinlich zu Rätien gehörten, und über den Fuhrkappers zum Fletchhorn. Von dort zog sich die Südgrenze über den Splügen und den Malojapers durch Swingau bis Brixen. Die Grenze zu Norikum verlief nordwärts durchs Zillertal und dann den Inn entlang zur Donau. Der Verlauf der südlichen Grenze Reziens im heutigen Tessin und südlichen Graubünden ist in der Forschung umstritten. Die eine Seite legt den Grenzverlauf auf den Alpenhauptkamm, weil die spätere Ausdehnung der Bistümer Mailand, Kumo und Novara, die Zugehörigkeit des ganzen heutigen Kantons Tessin und des Misoks sowie des Bergel und des Feldlins zu drei Stadtgemeinden, bereits in römischer Zeit wahrscheinlich mache. Die andere Seite rechnet das Gebiet der Lepontier zu Rezien und legt die Grenze südlich einer Linie zwischen Domodosso, Lalocano und Belinso nah. Das Bergel und das Feldlin inklusive Valposchiavo und Bormio werden im Allgemeinen jedoch eher zu Italien gerechnet. Keine Seite konnte jedoch bis heute entscheidende Argumente oder archäologische Belege beibringen.